Hey, was geht? Du hast dich hier offensichtlich irgendwie auf meinen Kanal verirrt und damit du nicht komplett ins kalte Wasser geworfen wirst, dachte ich mir, stelle ich mich einfach mal ruhig und besinnlich ein wenig vor. Also erstmal, hi, wenn du mich nicht kennen solltest, mein Name ist Ansgar, ich bin 15 Jahre alt und besuche aktuell die 10. Klasse eines Gymnasiums. Ich habe bereits einen sehr, sehr großen, in Anführungszeichen großen YouTube-Kanal gehabt, welchen ich jedoch Ende letzten Jahres aufgegeben habe, da ich mit der Entwicklung dieses Kanals und den Taten, die ich begangen habe, eindeutig nicht mehr zufrieden war und ich einfach einen Neuanfang brauchte. Und ich habe gemerkt, die Community brauchte genauso einen Neuanfang und deswegen stehe ich jetzt hier und begrüße euch auf meinem Kanal Ansgar, wo ich quasi weiterhin alles rund um Nintendo produziere, der Fokus jedoch auf mir, meinen Erlebnissen und meinen Erzählungen, die ich auch gerne an euch weitergeben würde, liegt. An einzelnen Videokategorien gibt es hier, denke ich, ein breit gefächertes Feld. So mache ich einfach normale Let's Plays, welche jedoch mit ein wenig Liebe editiert sind, wo ich aber primär auf eure Themenvorschläge, auf eure Kommentare, auf eure Ansichten eingehen will, darüber reden will. Denn wenn mir eines in den letzten paar Jahren klar geworden ist, dann ist es, dass ich relativ gut über Themen reden kann und wenn das meine Stärke ist, warum sollte ich das nicht auch weitermachen? Dazu gibt es hier hin und wieder Livestreams, wo ich gerade mit euch, mit der Community, viele verschiedene Spiele spielen will, öfters auch mal gerne online mit euch in verschiedenen Runden, Mario Kart, Smash und was weiß ich nicht alles. Dort liegt der Fokus ebenso auf euch, genauso wie auf mir, indem wir einfach zusammen im Chat interagieren und einfach zusammen Spaß haben, wenn ihr versteht. Dort kann genauso über Themen geredet werden, aber das Schöne an einem Livestream ist ja die Spontanität und diese wird vor allem in meinen Streams, denke ich, ziemlich gut gewahrt. Weiterhin wirst du hier Videos finden, welche quasi in die Richtung animierte Top-Listen gehen. Heißt, es sind Faktenvideos rund um das Nintendo-Geschehen und das können Top-Listen zu irgendwelchen Top-5-Videospielen von der und der Konsole sein. Das können allerdings allgemein Geschehnisse sein, welche rund um das Nintendo-Thema passieren, über welche ich einfach dann ein animiertes Faktenvideo, wie man es glaube ich mittlerweile charakterisieren könnte, drehe. Und ja, was bei all diesen Videos jedoch nicht verloren gehen darf, ist wie gesagt der Fokus auf mir und auf euch. Denn das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren definitiv gelernt habe. Mir hat die Vision, mir hat der Fokus gefehlt und deswegen konnte ich mich zum Beispiel niemals festlegen, was ich wirklich von dieser Plattform wollte. Aber da ich mittlerweile genau diese Vision und genau diesen Fokus habe, denke ich mir, dass wir das zusammen als Community, als in einer gewissen Weise Nintendo-Szene, Nintendo-Community ziemlich cool rocken können. Und wenn du davon nichts verpassen willst, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, es würde mich freuen, wenn du einfach künftig in die Videos reinguckst und vielleicht zusammen mit uns Spaß hast und wir vielleicht nochmal auf ehrlichem Wege einen Neuanfang wagen können. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir, wenn du nun hier bleibst, ganz viel Spaß auf meinem Kanal und ich denke, wir sehen uns irgendwann wieder. Hoffentlich. Tschüss.